Sehr, sehr merkwürdig. Das wird uns schon noch früher oder später gezeigt. Wir müssen ja eh hier wieder raus, oder? Ich weiß nicht, ja, geh schon aus. Oh, oh, ganz viele böse Gegner, verzauberte Vorhut. Hallo, Bucky Army! Ich bin Bucky, der beste Hund in Minecraft Dungeons. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Abenteuer. Doch bevor es losgeht, gebt dem Video ein Like, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Okay, Leute, wir müssen auf jeden Fall richtig aufpassen. Wir dürfen nicht zu sehr reingehen. Aber ordentliches Kamehameha, ja, der hat doch richtig gut Schaden gemacht. Wir sind doch gleich, oh, wie viele hier sind. Und das, und das, und das. Bam. Bam, 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 ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, Levelaufstieg. Yeah, Verzauberungspunkte verdient. Sehr cool. Können wir auch gleich mal gucken, ob wir da rein. Ah, nein, das ist schon maximiert. Gucken wir mal hier. Regeneration, ja, 5 Prozent. Ach, zu teuer, schade. Okay, Leute, wir müssen noch ein bisschen sparen, dass wir uns noch ein bisschen Regeneration leisten können. Wow, wow, kommt der her. Au. Das sind richtig nervige Leute. Oh, die droppen aber immer, aber das ist sehr cool. Ha. Oh, Zauberung. Ja, genau, hier bin ich gestorben. Okay, ich sterbe schon wieder. Ah, nein, ich muss aufpassen. Uh. Okay, da ist auf jeden Fall eine wunderschöne Kiste. Wie kommen wir denn an die wunderschöne Kiste ran? Na, vielleicht betonen. Ja, aber von wo müssen wir jetzt herausfinden? Denn das habe ich ein bisschen Angst, aber schon sagen wir mal. Ach, nein, das funktioniert gar nicht. Dann müssen wir von hier rollen, oder was? Können wir denn so weit? Nein, geht auch nicht. Hä? Dann geht das nicht. Sehr komisch, okay. Okay, wir hätten erst mal den Herbst einmal. Denn hier brennt ja alles. Ich habe mich schon ins nächste Gefecht gestürzt. Entschuldigung. Ha, wie kommen wir den Nutzer der Kiste? Sehr, sehr merkwürdig. Das wird schon noch früher oder später gezeigt. Wir müssen ja eh hier wieder raus, oder? Ich weiß nicht, ja. Gehe schon aus. Hier in die Kiste. Oh, oh, ganz viele böse Gegner. Verzauberter, verzauberte Kohut. Okay, jetzt erst mal mit der Kamehamehati direkt ins Gesicht des Zauberers. Und noch mal ein bisschen Gesundheit zu einem nehmen. Okay, hier oben. Ne, hatten wir ja schon eingesammelt. Und hier hinten ist auch nichts weiter. Okay. Dann haben wir diese Kammer erkundet. Okay, lassen wir das für die Kiste Kiste sein. Mal schauen. Wir da von der ganz anderen Seite noch mal rankommen und gehen einfach hier oben wieder weiter. Oh, hier kann man was drücken. Mal schauen, was hier passiert. Ja, was ist denn hier passiert? Keine Ahnung. Bei der Kiste ist nichts passiert. Ich hatte vor uns auch schon so ein sein Ding zum Aktivieren. Okay. Vielleicht müssen wir mehrere finden. Wir werden hier wahrscheinlich sehen. Okay. Ja, auf jeden Fall wieder ein böse Zauberer. Oh nein, oh nein, ich muss... Oh, verdammt! Oh, ich war schon wieder nicht auf der Hut. Ja, der Polizeimann regelt doch richtig gut. Sehr schön, sehr schön. Dankeschön, der Polizeimann! Ich glaube, ich habe ihn zum ersten Mal wiederbewegt. Wow, richtig cool. Okay, okay, jetzt haben wir ihn. Okay, ich bin auch wieder ruhig. Bisschen im Heilkreis verweilen. Und ja, okay, warten wir jetzt einfach mal ab. Denn mein Pad kann ich auch noch nicht wieder nehmen. Das braucht noch ein bisschen. Okay, jetzt... holen wir es schon mal raus, dass es für uns mit kämpfen kann. Okay, hier kann man wieder was drücken. Mal schauen, was das dann bewirkt. Hoffentlich kommen wir an die Kiste. Okay, aber irgendwie... Hm. So großartig hat sich ja auch nichts getan jetzt. Ich weiß... Oh, geht es hier oben noch weiter? Ach nee, von da sind wir gekommen. Aber wie kommen wir denn jetzt zur Kiste? Ach so, alles klar. Alles klar, da gab es eine richtig dicke Rüstung. Stufe 23. Wow. Richtig heftig. Das sind einfach mal 40 Gesundheit mehr als vorher. Sehr cool. Was haben Sie bekommen, Herr Polizeimann? Ich glaube, eine heftig Rüstung im Moment. Auch, äh, Diebesrüstung. Eine Diebesrüstung. 24. Was, du hast 40er bekommen? Nein, 3. Level 23. Aber das sind 40 Gesundheit mehr als der, die ich bis jetzt hatte. Ach so. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? 13 Gesundheit mehr. Wie bitte, Herr Polizeimann? 30 Gesundheit mehr. Okay. Dann hatten Sie ja vorher schon eine bessere. Ja. Aber auf jeden Fall ziemlich cool. Und jetzt sind wir besser gewappnet allen Gegnern, die uns noch entgegenkommen. Yeah. So, Herr Polizeimann, was ist los? Ja. Allgemein gab es bisher sehr gutes Glut. Was gab es denn noch? Eine Finstere... Irgendwas Rüstung. Okay, weiß ich gar nicht. Hab ich die bekommen? Nein. Keine Ahnung, aber ich... Ja, das ist auch gut. Äh, was ist jetzt? Wo kommt der Hund her? Hab es jetzt einen Hund und eine Fledermaus? Ja. Wow, richtig tierlieb. Die Fledermaus kommt mit meiner Rüstung und der Hund kommt mit meinem... mit Aktivierung. Wie cool ist das denn? Das ist auch so. Richtig, richtig cool. Oh, oh, Enderman, Enderman, Enderman. Nein. Gut, ein Schwein mit Loot, ein Schwein mit Loot, ein Schwein mit Loot. Es darf nicht umkommen. TNT, ich werfe es einfach, Renzi. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, du hast nix den Enderman getroffen. Aber ich habe die ganzen anderen getroffen. Den Enderman kriegen wir auch so schnell. Sieht doch ganz gut aus. Okay, wir müssen auf jeden Fall auch hier auf diesen Zauberer wieder gehen. Ich denke, ich bin ganz... Ich bin guter Meinung, gute Dinge. Ja, locker. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Oh, ein Cleave. Meine Lieblingswaffe. Yeah. Sehr schön. Leute. Der Herr Polizei hat einen. Wie? Cleave? Cleave? Wie? Cleave? Ich hoffe, das spricht man so aus. E-L-E-F-P-O-E. Sehr cool. Okay, hier geht es auf jeden Fall schon mal nicht weiter. Also müssen wir definitiv weiter hier hoch. Okay. Wir müssen aufpassen, dass wir kein Loot übersehen. Denn wir haben hier bisher auch null von drei Geheimnissen gefunden. So müssen wir richtig, richtig heftig die Augen offen halten. Okay, jetzt verschießen wir hier erstmal ein bisschen die ganzen Gegner, die hier so kommen. Bäm, 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 bäm. Weg mit dir. Oh nein, schon wieder so einer. Boah, der hält ja richtig viel aus. Ach, ich gehe einfach direkt rein. Und mach ein Kamehameha. Au, au. Okay, Leute, wir müssen richtig gut auffassen. Aber ich meine, jetzt zieht es doch auf. Wie bitte? Ich eine dir zur Hilfe. Sehr cool. Oh Gott, hier wieder. Hier sind wir wieder. Oh man. Ah nein, ich habe mich nicht zu regeln. Das ist richtig uncool. Lass mal heilen. Und währenddessen ein bisschen fern kam. Yeah. Fress mir eine Pfeile, ihr Schergen. Ah, verzaubert. Was ist das? Schattengebräu. Verstärkt mein Ackham. Okay, dann gehen wir direkt in Ackham. Oh nein, ich bin gefallen. Ich bin gefallen. Nein, 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 Leute. Wir müssen erst die König töten, sonst haben wir hier keine Chance. Okay. Dann. Schauen wir mal, ob wir, Herr Polizei, mal wieder hochgehen. Kriegen, ja, das sieht doch gut aus. Oh, danke, Barthi. Oh Gott. Bitte schön, der Polizei war. Das ist doch knapp. Kein Problem. Äh, genau. Von hier. Oh, hier ist doch eine Spinne. Er kreuscht noch einiges. Aber hier müssen wir, glaube ich, auch... Das müssen wir nicht, alles klar. Nein, wir sind richtig. Hier unten noch ein bisschen erkunden. Mal schauen, ob wir hier noch was cooles finden. Ich meine, hier sind drei Geheimnisse noch in dem Level. Irgendwie müssen wir ja hier noch irgendwo was drücken oder machen, irgendwas machen können, dass wir zu den Geheimnissen kommen. Irgendwie sehe ich auch sonst nix weiter. Sehr mysteriös. Dann beschießen wir erstmal hier ein bisschen das Skelett. Und das Skelett. Bams. Ching, 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 ching. Oh, oh, da kommt schon wieder ein Dicker. Oh nein. Aber den kriegen wir gut gehandelt. Sehr cool. Habt ihr noch was gefunden, Herr Polizei, Mann? Nein, leider nicht. Ich hab versucht, in die Wasserfälle reinzuwollen. Okay, ja, ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Wow, was? Wie fies war das denn bitte? Oh nein, mein Lama wurde getroffen. Oh nein, mein armes Lama. Richtig fies hier. Oh nein, hier ist wie das... Wow, das hat ja richtig die Damage gemacht. Oh je. Muss man echt richtig heftig aufpassen hier. Die ganzen Fallen. Boah, richtig uncool hier. Das sind ja gemeine Fallen, das sehe ich jetzt erst. Was sehen sie jetzt erst? Oh nein, die waren doch schon die ganze Zeit da. Diese Schneidefallen habe ich vorher nicht gesehen. Oh nein. Oh, und gibt es hier noch irgendwas? Gut. Hier muss doch irgendwo noch was sein. Wo wir die ganzen Geheimnisse finden können. Hm. Sehr merkwürdig, Leute. Das finden wir vielleicht später in einem langen, langen Stream heraus, wenn wir Backtrading betreiben. Äh, okay, schade. Äh, geht's nicht lang? Und hier? Alles klar, Freunde. Wenn ihr diese Folge auch so cool und spannend fandet wie ich, dann gebt dem Video ein Like, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018